In der Phantom Liberty Erweiterung gibt es zwei geheime Blackwall Waffen. Der Schaden ist extrem hoch, der Effekt sieht cool aus. Beide Sachen sind einzigartig und leider verpassbar. Wie ihr sie bekommt, zeige ich euch in diesem Video. Lohnt sich auf jeden Fall zu holen. Servus, Deadrunner. Heute habe ich für euch ein richtig geiles Video. Es geht so, man kann schon sagen, um die besten Waffen in der Erweiterung. Es gibt zwei Blackwall Waffen, die wirklich extrem coole Effekte haben, auch noch stark sind und beide kann man leider während der Hauptstory verpassen, sind danach nicht beim Händler zu kaufen und das ist auf jeden Fall sehr schade. Damit ihr diese Waffen nicht verpasst, zeige ich euch das Ganze hier im Video. Ich versuche den Spoiler so gering wie möglich zu halten, dass ihr die Story selber genießen könnt. Ganz klare Sache. Bevor ich euch zeige, wie man an diese Waffen rankommt, möchte ich euch erstmal die Waffen zeigen, wie sie im Detail abgehen. Lasst gerne einen Daumen nach oben da, wenn euch das Video gefällt. Mehr Videos zu Cyberpunk 2077 Grad zur Phantom Liberty Erweiterung kommen in den nächsten Tagen raus. Bild-Videos und andere coole Sachen. Wer das nicht verpassen möchte, kann immer gerne mit einem Abo dabei bleiben. Die erste Waffe ist eine Power-Maschinenpistole. Sie ist mit der Blackwall verbunden. Die Blackwall spricht auch mit uns, hat eine einzigartige Optik und auch einen sehr speziellen Effekt. Die Blackwall greift eben die Gegner an mit einem Kurzschluss und es kommt von oben auch noch so ein Datenfeld runter. Es wird komplett die Cyber-Wide deaktiviert. Die Synapsen brennen durch und man will auf jeden Fall von dieser Waffe nicht getroffen werden. Sieht schon sehr spektakulär aus. Macht auch sehr guten Schaden, denn ihr seht, wenn ich hier schieße, dann krittet diese Waffe immer und die Gegner sind eben in kürzester Zeit tot. Und ich kann euch nur wärmstens empfehlen, diese Waffe zu holen. Ist so, ja, mit das Krasseste, was man aus der Erweiterung mitnehmen kann. Die zweite Waffe ist ein Cyber-Deck, wo ihr eben die Blackwall und ein Tor auf dem Gegner anbringen könnt und der eben wirklich komplett zerstört wird. Es dauert ein bisschen, bis dieser Quick-Hack hochgeladen ist, aber dann sind die Gegner mehr oder weniger One-Shot. Das ist echt krass. Sind die Gegner noch sehr dicht beieinander, unter 20 Meter, dann verteilt sich die Blackwall auch auf die anderen Gegner. Es kostet jedes Mal Speicherkosten. Wenn man da mit seinem Leben zahlt, ist es günstiger um die Hälfte. Bedeutet, ihr müsst eben in dieser Überladung drin sein, wenn ihr als Quick-Hacker unterwegs seid. Ihr seht es auch hier nochmal ein bisschen besser, weil hier sind die Gegner dann zusammengelaufen und ich aktiviere eben die Blackwall. Der Gegner stirbt, die anderen sind in der Nähe und dann verteilt sich das Ganze bis zu fünfmal. Und das sieht halt auch schon echt krass aus, wenn die Gegner dann direkt sterben in der coolen Animation. Richtig krass ist das Teil bei Bossen. Das seht ihr auch hier, er hat 90%, bam, 27 ist das normale Schwierigkeitsgrad. Ich bin auch noch nicht perfekt optimiert. Ich denke, da kann man noch mehr rausholen, eventuell auch mit einer Reihenfolge ein bisschen testen. Habe jetzt hier die Blackwall hochgeladen, gleichzeitig noch einen Kurzschluss und dann war er da am Schluss auf jeden Fall tot. Ich werde mit dem auf jeden Fall nochmal ein bisschen mehr testen mit dem Cyberdeck. Eventuell kann man da auch sehr gut gegen Max-Tech ankommen. Ist auf jeden Fall richtig krass. Und wie gesagt, beide Sachen kann man leider verpassen. Wie gerade eben schon erwähnt, bekommt man beide Blackwall-Waffen während der Hauptstory. Wer jetzt hier überhaupt nicht gespoilert werden möchte, den empfehle ich auf jeden Fall einen manuellen Speicherpunkt zu setzen nach der Quest, wo man eben bei einem Ripper-Dock war und eine Operation hatte. Mehr möchte ich dazu nicht spoilern. Denn dann könnt ihr einfach die Story weiter genießen, abschließen und dann am Schluss den alten Spielstand laden und dann eben mit dem Video die richtige Entscheidung treffen. Kommen wir nun zum Spoiler. Ich halte ihn natürlich so klein wie möglich, aber ich muss euch natürlich zeigen, was ihr machen müsst, für was ihr euch entscheiden müsst, um eben beide Blackwall-Waffen zu bekommen. Wenn ihr euch in der Story an dieser Position hier befindet und mit Somi diese Matrix oder diesen Kern rausholt, dann habt ihr eine ganz große Entscheidung. Ihr müsst euch entweder entscheiden für Somi oder eben für Reed. Ich empfehle euch wirklich beide Stränge zu spielen, denn es ist komplett unterschiedlich und es gibt auch unterschiedliche ikonische Waffen. Bei Somi gibt es zwei Stück und bei Reed gibt es ganze fünf Stück. Und das ist natürlich ein riesiger Unterschied. Trotzdem würde ich wirklich beide spielen, weil die Story absolut genial ist. Einfach dann nochmal einen alten Speicherstand laden. Für diese zwei Blackwall-Waffen müsst ihr euch für Reed entscheiden. Danach bekommt ihr die nächste Mission, Black Steel. Ihr müsst hier den Mr. Hands anrufen. Bei mir war das Handy leider verbuggt. Ich habe dann gespeichert, das Spiel neu gestartet. Dann konnte ich das Handy wieder benutzen und schließe dann die Mission einfach ab. Ich habe das optionale Ziel mitgenommen. Die Mission dauert etwas länger, keine Panik und sie endet dann hier an diesem Loch und dann startet eine neue Quest und jetzt kommen wir dann zu den zwei Blackwall-Waffen. Ab einer bestimmten Stelle müsst ihr euch vor einem Roboter verstecken. Ich bin noch nie so oft gestorben in Cyberpunk wie bei dieser Stelle, weil ich immer weggerannt bin und er dann immer einen One-Shot tötet. War mal eine ganz neue Mechanik. Irgendwann habe ich herausgefunden, dass ich mich einfach verstecken muss. Wenn ich ihn höre, bin ich hinter Tische, hinter Wände und Co. gegangen. Dann ist er seinen Raum abgelaufen oder seine Route. Und als er wieder weg war, konnte ich dann einfach die Quest weiter verfolgen. An einer bestimmten Stelle müsst ihr das Datenterminal Sierra hacken. Da muss man mit der Hauptstory wirklich rein. Das ist hier diese Türe. Das befindet sich rechts. Ich bin dann links gelaufen, denn dort befindet sich ein Schaltkasten und den konnte ich überbrücken und dadurch in den geheimen Raum rein. Das werdet ihr gleich sehen. Und zwar gehe ich hier hin. 20 Techie-Punkte benötigt man. Falls ihr sie nicht habt, müsst ihr mal schauen, ob ihr erst diesen Datenpunkt, dieses Terminal hacken müsst oder ob ihr einen Code eingeben müsst. Den blende ich euch oben gleich mit ein. Ihr seht, hier ist auch dieser Roboter. Einfach ruhig bleiben und warten, bis er wegläuft an sämtlichen Punkten. Und so kommt ihr da easy durch die Quest durch. Wenn er dann weg ist, geht ihr einfach aus dieser Türe raus. Wenn ihr euch auch in dieser Quest befindet, wisst ihr ganz genau, wo ich mich befinde. Das kann man nicht verpassen. Rechts ist dieses Datenterminal, wird auch auf der Minimkarte angezeigt. Und hier befindet sich noch eine weitere Türe, die ihm verschlossen ist. Die habe ich überbrückt. Dort komme ich rein. Falls ihr nicht überbrücken könnt, gebt mal diesen Code hier ein, oben links. Das musste ich bei der zweiten Waffe machen, weil ich es auch nicht überbrücken konnte, weil ich nicht so viele Punkte hatte. Und hier war jetzt gerade die erste Waffe. Ich habe sie aufgenommen und das war die Schusswaffe. Schaut euch gerne in dem Raum um. Der ist interessant. Verfolgt dann einfach weiter die Story. Es dauert schon ein gutes Stück, bis ihr bei dieser Stelle ankommt. Kann man auch nicht verpassen. Da müsst ihr so Kabel rausreißen. Das gibt es nur einmal. Und dort befindet sich in der Nähe die nächste Waffe. Ihr müsst hier auch aufpassen. Der Roboter ist wieder unterwegs und ihr müsst es wirklich abpassen. Hier hätte man das Ganze auch überbrücken können. Ich hatte aber nicht genügend Punkte in einen Baum und musste dann eben einen Code eingeben. Ihr seht hier auch den Roboter. Habe jetzt hier mal ganz kurz das Ganze übersprungen. Und ich habe jetzt sogar eine Leitung offen gelassen. Bin schnell hier rüber gerannt. Zack. Und hier ist dann auch nochmal so ein Eingabefeld. Und da habe ich folgenden Code eben eingegeben, weil ich es nicht überbrücken konnte. Und ja, dadurch bin ich in den Raum reingekommen. Habe hinter mir natürlich die Türe geschlossen, dass der Roboter mich nicht bemerkt. Und da liegt dann eben die zweite, ja, einzigartige Waffe. Das ist jetzt ein Deck für Quick Hacks, um eben die Black Wall auch mit einem Angriff zu rufen. Spiel die Mission einfach weiter, bis ihr hier zu dieser Stelle kommt. Und hier steht ein Roboter rum. Und hier müsst ihr unbedingt dieses legendäre Teil rausluten, das Verhaltenssystem, weil sonst könnt ihr die Waffe nicht herstellen. Das wird zur Waffenherstellung benötigt. Wie ihr die Quest am Schluss abschließt, ist dafür dann egal. Zur Info, die Quest dauert noch richtig lange zum Abschließen. Und wenn ihr dann mit dieser Quest fertig seid, dann geht ihr einfach in eurem Hotel pennen. Oder ihr wartet einfach so. Bei mir ist dann eben nach kurzer Zeit, nach dem Vorspulen, eine SMS aufgetaucht. Und die benötigt man auch, um diese Waffen herzustellen. Denn man muss eben diesen Chip oder dieses Verhaltenssystem entschlüsseln. Und ihr geht dann einfach ins Handy rein, schreibt mit der Person einfach irgendwas antworten. Dann startet ihr eine neue Quest. Ihr bekommt auch einen Questmarker. Müsst dann zu einer Hackerin. Wird alles markiert. Wenn ihr bei ihr seid, die kennt man normalerweise, dann müsst ihr diesen Verhaltenschip abgeben. Sie hilft euch. Müsst kurz warten. Danach bekommt ihr ihn. Und jetzt könnt ihr eine von beiden Waffen herstellen. Leider hat man eben nur einen einzigen Chip. Ihr müsst euch jetzt entscheiden, ob ihr dieses Deck nimmt oder eben diese Waffe. Am besten auch hier speichern. Beide Sachen ausprobieren. Und den alten Spielstand wieder laden. Und dann eben gucken, was einem besser gefällt. Eventuell kann man diesen Chip duplizieren. Wenn das einer von euch weiß, schreibt es gerne in die Kommentare rein. Würde ich auch gerne machen, denn ich hätte gerne beide Waffen. Anderweitig ist es vielleicht so, dass man noch einen zweiten Chip in dieser Mission findet. Ich habe aber alles abgegrast und nichts entdeckt. Für die Herstellung geht ihr einfach in die Herstellung eben rein. Und dann seht ihr hier einmal dieses Cyberdeck, was ihr herstellen könnt. Einen Splitter habt ihr eben. Und hier oben gibt es die Waffe. Ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Video etwas richtig Geiles zeigen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Mehr Videos werden in der Zukunft rauskommen. Könnt ihr euch noch darauf freuen. Ansonsten wünsche ich euch wie immer ganz viel Spaß beim Zocken. Ich bin weg. Ciao. Haut rein.